Kirmes 1991 bis 2014 zu sehen. Seit der Mitte der 1960er Jahre gab es keine Kirmesfestschrift mehr. Erst nach der Wende 1991 lebte diese Tradition wieder auf. Wie aber kam es, dass eine ganze Stadt mit so vielen Kirchen nur einmal im Jahr ein Kirchweihfest begeht? Um das zu klären, nehmen wir eine Karte der Stadt zur Hand, die in diesem Fall das Stadtgebiet von Mühlhausen zur Reformationszeit um 1525 darstellt. In Mühlhausen gab es 13 Kirchen, die ihre Kirchweihfeste von Ostern bis in den Herbst hinein feierten. Paradiesische Zustände also für die feierlustigen Mühlhäuser, vor allem der männlichen Bevölkerung. So beging die Marienkirche ihre Kirmes am 4. Sonntag nach Ostern und die Diviblasi-Kirche am Untermarkt schon am 1. Sonntag nach Ostern. In der Jakobikirche wurde am 3. Sonntag und in der Chormarktskirche am 5. Sonntag nach Ostern gefeiert. Das Brückenkloster beging die Kirchweih am Sonntag nach dem 22. Juli, die Predigerkirche der Dominikaner am Untersteinweg am 2. Sonntag nach Pfingsten, die Allerheiligenkirche am 22. Sonntag nach Pfingsten und die Kilianikirche am 8. Sonntag nach Pfingsten. Soweit die innerstädtischen Kirchweihfeste. Weiter geht es in den Vorstädten. Die Kirmes der Johanniskirche am Blubach wurde bis zu ihrem Abbruch um 1600 am 1. Sonntag nach dem 24. Juli begangen. In St. Georgen wurde am 9. Sonntag nach Pfingsten und in der Martini-Kirche am Pfingstsonntag gefeiert. Hinzu kamen die Kirmesfeiern von St. Petri am 15. bzw. 16. Sonntag nach Pfingsten und von St. Nikolai, deren Kirchweih zwischen dem 7. und 10. Sonntag nach Pfingsten gefeiert wurde. Sowie die Hospitalkirche St. Antonius am 2. Sonntag nach dem 6. Januar und die des Margareten-Hospitals am Sonntag nach dem 13. Juli. Allgemein bekannt ist, dass sich das Wort Kirmes oder wie der Mühlhäuser sagt Kirmse von Kirchmesse oder auch Kirchweihe ableitet. Dies ist also das alljährliche Weihefest einer Kirche im übertragenen Sinn der Geburts- oder Namenstag. Diese Feste werden in Deutschland etwa seit dem 9. Jahrhundert in Mühlhausen seit dem 12. Jahrhundert gefeiert. Schon am Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Verlust der Reichsfreiheit für Mühlhausen und dem Anschluss an Preußen kam der erste Einschnitt. Die weltlichen Feiern zur Kirmes wurden auf die Sonntage im Oktober verlegt. 1875 verfügte der Königliche Landrat eine weitere Einschränkung, mit deren Umsetzung sich aber der Mühlhäuser Magistrat bis zum 14. Februar 1877 Zeit ließ. Die erste Stadtkirmes von einer Woche Länge für alle Kirchspiele der Stadt wurde am 2. Sonntag im September 1877 begangen. Die Mühlhäuser Stadtkirmes war geboren. Immer noch ein Dorn im Auge der Obrigkeit sollte 1883 der dritte Feiertag, also der Kleinkirmessamstag, amtlich verboten werden und 1884 sogar der Umzug der Kinder. 1892 wurden die Kirmesfeiern wegen der in ganz Preußen wütenden Pest ausgesetzt. Der Blobach wurde zum zentralen Rummelplatz auserkoren, auf dem 1894 das erste elektrische Karussell fuhr und ab 1906 alle Buden elektrisch beleuchtet waren. Während der beiden Weltkriege wurde weitgehend auf die Kirmesfeierlichkeiten verzichtet. Nach und nach entwickelte sich die Kirmes von einer Straßenkirmes zu einer Zeltkirmes. Damals stellte man einfach Tische, Stühle und einen Kirmesbaum auf die Straße und feierte. 1919 wurden 102 Kirmesbäume gezählt, also auch 102 Kirmesgemeinden im übertragenen Sinn. Langsam nahmen auch immer mehr kostümierte Erwachsene an den Festumzügen, die eigentlich nur für die Kinder gedacht waren, teil. Es gab Festprogramme in den entstehenden Kirmesgemeinden und zunehmend teils kritisch humoristische Umzugsthemen. Das blieb auch nach dem zweiten Weltkrieg und in der DDR so. Der Versuch die Kirmes in feste Lebensfreude umzubenennen und eben damit den Stempel des Sozialismus aufzudrücken gelang nur sehr bedingt. Die Mühlhäuser feierten ihre Kirmes nicht sozialistisch, aber auch nicht mehr wirklich kirchlich. Leider geht die Zahl der Kirmesgemeinden, wie wir sie heute gewohnt sind, immer mehr zurück. Gab es in den 1980er Jahren noch etwa 45 Kirmesgemeinden, waren es zur Kirmes 2016 nur noch 27. Tendenz fallend. Das mag einerseits am Nachwuchsmangel liegen, aber auch an den heutigen marktwirtschaftlichen Bedingungen. Trotzdem hoffe ich, dass unsere Kirmes noch lange gefeiert wird und dass sich auch nachfolgende Generationen dem Erhalt dieser einzigartigen Tradition verpflichtet fühlen. Eine dieser Traditionen, die in Mühlhausen untrennbar mit der Kirmes verbunden ist, stellen die Spielmannszüge und Tramkurs dar. Selbst der schottische Dudelsack hat sich einen festen Platz im Kirmesmusikleben Mühlhausens erobert. Außerdem nehmen viele Gastspielleute aus anderen Städten am einwöchigen Kirmesspektakel in unserer Stadt teil. Um das Können und den Spaß am Musizieren zu zeigen, wird alljährlich am Nachmittag des Kirmessamstages, ursprünglich seit 1966 auf dem Obermarkt und seit 1980 auf dem Untermarkt, eine Musikschau der Spielmannszüge abgehalten. Ein super Musikfest, das im Zusammenspiel aller Spielmannszüge sein grandioses Finale findet. Am Sonntagmorgen ziehen die Spielleute laut musizierend durch die Straßen der Stadt, um alle zu wecken. Als Dank erwartet sie dann ein stärkendes Frühstück in einer der Kirmesgemeinden. Dieses brauchen sie auch, denn die Spielleute sind musizierend und trinkend eigentlich den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Der Höhepunkt ist aber der Kirmesumzug, der nach einem Kirmesgottesdienst am Kirmessonntagmorgen durch die Stadt zieht und bei dem jede aktive Kirmesgemeinde ihr Umzugsbild den tausenden Zuschauern am Straßenrand vorstellt. Einige dieser Umzugsbilder sind hier zu sehen. Leider ist es nicht möglich, alle Bilder zu zeigen, obwohl sie es verdient hätten. 140 mal Stadtkirmes ließen und lassen eine Vielzahl von sehenswerten Umzugsbildern entstehen, von denen die drei besten durch eine Jury alljährlich ausgezeichnet werden. Ein weiterer Gaudi ist der Frühschoppen am Kirmesmontag. Dieser wird von den einzelnen Gemeinden in unterschiedlicher, meist traditioneller Weise, aber immer sehr feucht begangen. Die Kirmeswoche begeht jede Gemeinde ebenfalls in unterschiedlicher Weise. Dadurch entsteht eine solche Vielfalt an kulturellen Ereignissen, die es so nur in Mühlhausen gibt. Den Abschluss der Kirmes bildet seit der Mitte der 1990er Jahre ein Höhenfeuerwerk und die Beerdigung der Kirmes oder des Kirmesbaums um Mitternacht. Während der ganzen Woche ist auf dem Blubach, einem zentralen Platz der Stadt, traditionell rummelt, was auch schon im geschichtlichen Teil erwähnt wurde. Von vielen Mühlhäusern und ihren Gästen wird außerdem eine besondere Art der Wanderung praktiziert, das Wandern von einer Kirmesgemeinde zur nächsten. Diejenigen, denen es zu anstrengend ist zu laufen, bedienen sich einfach einer der drei Kirmesbahnen und fahren von Zelt zu Zelt. Nun haben wir eine ungefähre Vorstellung, wie die Mühlhäuser Stadtkirmes entstanden ist und was sich in dieser Kirmeswoche so in der Stadt abspielt. Wer es genau wissen will, sollte dieses Spektakel einmal selbst besuchen und sich vom unwiderstehlichen Sog der Kirmes mittragen lassen. Ich für meinen Teil kann nur hoffen, dass dies noch recht lange und in Mühlhäuser Art möglich sein wird. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann in einem der Kirmeszelte, trinken ein Kirmesbierchen zusammen und sie erzählen mir, wie ihnen dieser kleine Kirmesfilm gefallen hat. Ihr, euer Kirmesfreund und Kirmesbursche Thomas Peter Zelt auf dich! Zelt auf dich! Zelt auf dich! Verset auf dich! Untertitelung des ZDF, 2020